hallo und herzlich willkommen zurück zu raft die multis mit dem ja der springt hier gerade mit dem oli ja in der letzten folge bin ich tatsächlich ertrunken und damit mir das nicht noch einmal passiert in einem arbeite ich gerade hart daran dass ich mir eine sauerstoffflasche mache das segel ist eingezogen so dass wir jetzt erst mal durch den sturm und vorankämpfen in der hoffnung mal ein bisschen planken etc zu bekommen da kommst du rein ins netz oder gehst du raus das ist jetzt eine sehr gute frage hier hat der hai doch schon wieder zugebissen da hat der hai doch schon wieder zugebissen gehabt ja planken brauchen wir unbedingt und ich schmeiße schon wieder alles weg bis nur da ja ich bin gerade beim grill du hast ein riesen fisch in der hand ich sehe es ja habe ich dir blöderweise gerade einen kleinen drauf gelegt das war jetzt keine so klue idee wenn ich noch große auf tasche hat das passt dann hier nicht hin natürlich nicht so ein fisch kann man nicht ein zentimeter zur seite legen und dann den anderen doch noch mit drauf das geht nicht er muss exakt dort liegen und ich werde mir dann über kurz oder lang auch eine neue flasche craften müssen ja eine schöne insel wäre schon nicht schlecht ja aber erst mal schön planken und ich mache mir jetzt erstmal in ruhe eine sauerstoffflasche vielleicht kriege ich ja für dich auch noch eine hände aber ich glaube nicht ja schade natürlich grundsätzlich nicht weil wir zu zweit runter tauchen aber vielleicht dann auch nur die hälfte an haibissen oder so ja das ist durchaus denkbar so ich wollte jetzt fehlt mir wieder kunststoff aber kunststoff sollten wir jetzt hier genug haben ich mache mal diese netze leer bevor ich das außerdem hohle aus der kisten ich muss doch an die kiste ran ok ja ich versuche gerade noch ein paar planken zusammen zu kriegen für so lange wo tue ich jetzt so jetzt habe ich eine sauerstoffflasche wo war die jetzt da brauchen wir auch noch vier jenny's ich mache mir eine neue flasche mache ich mir fertig ja und dann gucke ich mal also ich habe jetzt habe ich die jetzt an weil dann muss ich gucken sie ist wieder a grau wo mal gucken ja du hast da so was vom guck mich mal an warte so jetzt sieht schon sieht schon bescheuert aus da hast du jetzt klar sie dir eine flasche von 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 mund geschnallt ja vielleicht mal eine rohe möhre essen also du bist versorgungstechnisch bist du nicht so der bringe muss ich jetzt mal sie ist ja auch nur so riesen fisch auf dem grill ja ich dachte eher an die beete und so aber okay die beete sind immer so aufwendig was ist daran aufwendig du brauchst doch nur die flasche einmal voll machen und so ja ich bin froh wenn ich genug zu trinken habe ich bin diejenige die verdurstet da kommt zwei fässer ich befürchte die fliegen an uns vorbei oder die kommen genau wie kommen richtig ja ja ich können wir uns die direkt mal schaden ab wenn so schon mal nicht ein seil kunststoff hast du das andere ja da kommt noch eins schrott ist auch drin gewesen sehr schön sehr sehr schön also von den palmbländern haben wir nun wahrlich genug ne palmbländer haben wir jetzt gerade wieder genug genau von der zeit wieder keine nicht genug gehabt und drei jenis habe ich schon ordentlich planken im im fast drin gehabt da kann ich mir ins denn mal die angel wieder machen das ist noch sehr schön ja planken hast du den großen fisch genommen nein natürlich nicht bin ja auch am arbeiten dankeschön ja kann ich nämlich hier noch den anderen anderen wo ist denn hier der lachs soll ich dir sagen dass der große fisch mein berger walten nicht mal voll gemacht hat ich hab dich kommen sehen mein freund ich hab dich kommen sehen den hei ja so noch eine makrele auf den lütten grill schmeißen ich hab ihn kommen sehen den den hei ja und hat sie wenigstens getroffen ich habe ihn getroffen mehrfach dass wir sie nicht mal wieder ein bisschen ein bisschen heihappen spachteln können hier ja so jetzt habe ich eine flasche hergestellt ich habe noch ein bisschen jelly ich werde dir auch gleich noch eine taucherflasche machen ja ich frage mich ob wir mit da ist ja auch feil und bogen ob wir den mit feil und bogen auch erledigen können das ist eine interessante frage also wenn er an der an dem floß vorbei schwimmt dass man auf ihn schießt genau interessant wäre das zumindest das mal zu probieren also wieder ausprobieren kann man so in jedem fall kann das sein dass es diesig ist dass hier überhaupt nix mehr mit schönem wetter und so ja so ein bisschen ein bisschen neblig kann man nicht sagen aber scheiße schön sieht das auch gerade nicht aus das stimmt na komm nee hat nicht gereicht ja ja jahle ist fertig noch mal gleich neues reinmachen aber dieser scheiß ofen der verbraucht doch richtig viel planken na ja glaube ich dass da ich hab dir noch ein paar planken reingeschmissen in den großen fisch grill hast du denn noch genug ja aktuell war ich ganz ganz gut aus ja so mehr esse ich von dem fisch jetzt erstmal nicht wenn der balken voll ist dann nicht ja nicht ganz voll aber ein kleiner dings ist noch eine kleine nächsten haben ja halte ich mir jetzt noch bereit da ist ein ding sein fast einfach sein fast auch ganz aber fast aufmachen mache ich das nicht every day every day von 1 bis 3 hast du da jetzt schon wasser reingemacht ich habe gerade neu gemacht ja ich habe jetzt selber erstmal trinken aufgefüllt ok und jetzt machen wir wieder schon wieder voll hier so zack fast 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 ja gekriegt das fast ja hab ich gekriegt So, wie viele Klippe haben wir? Drei. Ich muss mal ein bisschen Zeug hier loswerden. Plastik. Die Flasche kommt da hin. Schrott. Oha. Nee, da brauche ich noch nicht. Jelly kann hin. Ach, wo ist mein Haken? Ach, mein Haken ist da hin. Ei, 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 ei. So, Jelly. Kann ich hier den Umlauf hier noch ein bisschen weitermachen? Wenn ich ein Jelly durch habe, dann werde ich die Metallbarren machen. Und dann werden wir die, zwei Stück habe ich. Dann werden wir mal gucken, wofür wir die ganz gut gebrauchen können. Ja. Warum hast du das? Warum kann man hier nicht anbauen jetzt? Aber keine Schlitzpfeiler da sind. Bitte nicht mehr bauen erstmal. Wir brauchen die Planken. Okay. Ich möchte dich ja nicht bevormunden oder sowas, aber momentan brauchen wir die Planken anderweitig, anderweitig oder wie auch immer man da schimpft. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal wieder ein Dings, eine Insel oder irgendwas, wo wir zumindest ein Stein, wo wir dann wieder herangehen können. Ja, aber erst wenn ich dir... Sehr schön, noch ein bisschen Schrott. Schrott ist immer gut. So, dann kann ich jetzt hier nochmal eine Sauerstoff-Dingsbums, die tue ich dir mal hier in die erste Kiste rein. Ja. Eine Sauerstoff-Dingsbums. So, bitteschön. So, dann machen wir mal ein bisschen was auf den Grill hauen. Oh, so. Drei rohe Sebrassen. Jam, jam, jam. Ist das lecker. Das wird schon wieder Nacht. Da ist eine Insel. Da drüben. Okay. Ja. Insel, Insel, Insel. Machen wir das Segel in die Richtung. Ja, muss ich überhaupt erstmal. Weil mein Paddel ist bald kaputt. Okay. So, in welche Richtung müssen wir? In diese? Okay. Ich weiß, dass wir da nicht hochkommen, aber... Jetzt müsste das besser gehen. Jetzt müssen wir besser darauf zukommen. Ist das richtig? Ich kann mich nicht umdrehen. Ich paddel. Ja, guck doch mal Richtung der Insel, ob wir jetzt... Nee! Ach so, so rum das Segel ausrichten. Jetzt ist besser, ne? Ja, wir kommen auf jeden Fall nahe. Kannst du schon mal zum Anker gehen? Ja. Jetzt Anker, Anker, Anker. Anker, 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 Anker werfen, warte. Mist, freeze, ach. Jetzt Anker, so. Oh, Gott sei Dank. Segel müssen wir hoch machen. So, gut. Ja, Segel hoch. Auf die Insel rauf kommen wir nicht. Wie mache ich das hoch? Mit E oder was? Aha, okay. Auf die Insel rauf werden wir nicht kommen. Nee, das ist mir schon klar. Oder eventuell doch. Mal gucken. Ich werde gleich mal probieren. Blöder Hai. Blöder Hai. Scheiße Hai. Was sagst du zu dem armen Tier, Mensch? Blöder Hai, blöder Hai, scheiße Hai. Wenn wir hier oben eine Leiter hätten, würden wir sogar hier oben rauf kommen. Nicht genug Kunststoff, um das Teil zu ersetzen. Ja, da auf die Insel kommen wir nicht, oder? Wenn ich da hochgehe, warte mal. Wieso kann ich... Achso, ich muss die Achse in die Hand nehmen, ne? So, ich muss mal hier ganz kurz was versuchen. Ne, auf die Insel wird es schwierig. Also dafür sind wir ein Ticken. War es ein Ticken? Ich muss hier mal nochmal einen Balken machen. Aber ich habe nicht genug... Ich werde wahrscheinlich nicht genug Planken haben. Ach, Nägel. Äh, Nägel, die Möwe ist schon wieder unterwegs. Ja, ich bin jetzt gerade hier oben. Ach, wieder runtergefallen. Ey. Ich brauche mal kurz ein bisschen Schrott. Ich kriege dich da hoch. Keine Panik. Ich kriege dich da hoch. Mit Geduld. Ja, Geduld ist aber eine Zier. Weiter kommt man ohne hier. Ja, ich weiß. Ja, genau. So sieht das nämlich aus. Da hinten ist auch noch ein Floß. So, jetzt nochmal. Stock. Und zwar kommt der hier hin. Wieder runtergefallen. Reicht das für eine Leiter? Weiß nicht. Wo komme ich hoch? Wo komme ich hoch? Da hinten. Willst du jetzt noch eine Leiter davor bauen, oder? Oben drauf. Ah, okay. Oha! Untergefallen. Ja, das ist ja auch dreimal passiert. Ach, Mann. Ich muss das mal aus der Hand legen, sonst... Dieses grüne Dingsbums verwirrt mich sonst. Ja. So, jetzt nochmal. Reicht nicht. Warte. Warte, 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 warte. Noch eine Bodenplatte. Ne, Bodenplatte. Wieso kriege ich... Wollte gerade sagen, wieso kriege ich denn hier keine ran? So, dann eine Leiter. Wie drehe ich die mit R, ne? Ach, hätte doch gereicht. So, und jetzt versuch du mal. Na? Hopp. Ja. Also, hier kann ich zumindest ein bisschen Ananas ernten. Und die Planken mitbringen, bitte. Und die Planken mitbringen. Dann können wir hier die... Wo ist meine Axt da? Oh, ein paar. Du kannst dich... Eigentlich müsstest du dich jetzt auf der ganzen Insel bewegen können. So. Oh, eine Mango auch noch. Schön. Ach, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Du weißt ja, wie es geht. Und hopp. Ah, ins Wasser gefallen. Und der Hai kommt auf mich zu. Ja, natürlich. So, ich werde mir mal noch neun Dings machen. Einen neuen... Haken. Denn, wenn ich jetzt untergehe, wird mein Haken kaputt gehen. Wenn ich jetzt runtergehe... Wo geht man denn hier am besten runter? Am besten diese Seite hier. Ja, hier ist ja schön. So. So, soll ich es wagen? Ja, mach mal. Immer beigeben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, hier ein bisschen... ...was... ...ablegen an... ...Sachen. Hier, guck mal. Habe ich noch diverse gebraten. Fische, Ananas haben wir hier. Hier haben wir noch... ...Rohenfisch, den wir noch grillen können. Ist ja noch... Da hat der Blöde mich wieder erwischt. Wir müssten das mit dem Haiköder noch mal ausprobieren. Ja, aber der war ja letztes Mal eigentlich auch nicht so der Bringer, ne? Ja, doch, irgendwie schon. Jetzt hat er mich noch mal erwischt. Ich muss mal auftauchen. Also das mit der Sauerstoffflasche funktioniert sehr gut. Okay. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und die blöde Möwe, die funktioniert auch sehr gut. Jetzt habe ich es erwischt. Irgendwann fällst du vom Himmel, ich sag es dir. Dann wäre ich mal hier weiter. Und die füllt sich dann auch, wenn du draußen bist, wieder auf. Ja. Die Sauerstoffflasche. Also eine relativ simple Angelegenheit im Grunde genommen. Ja, 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 ja. Dann wäre ich hier trotzdem erst noch mal... Was haben wir hier? Wassermelone. Ja, die nehmen wir doch auch mal mit. Also ich bringe hier noch mal... Palmblätter sind ja egal, aber... Flanke können wir brauchen, ne? Und das, was wir da so an... Ja. Oh, hier, also jetzt... Wir müssen noch mal eventuell in Betracht ziehen. Diese Flossen. Die sind nämlich auch leicht zu machen. Dann schwimmt man schneller. Ah, okay. Ist vielleicht ganz gut, wenn man mal dem Hai entkommt. Ja. So. Wofür diese Blumen jetzt da waren, weißt du auch noch nicht. Zum Zwerben für Stoffe irgendwie, für Farbe zu machen. Okay, also müssen wir jetzt nicht... Muss ich jetzt nicht dringen. Nicht zwangsläufig, nein, 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 nein. Nö, 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 ist unwichtig. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ich habe jetzt hier die Insel soweit, bis auf die Blumen, die jetzt nicht so relevant sind. Ja, dann kannst du mit mir ja in der nächsten Folge die Tauchgänge machen. Wir brauchen mehr Metalle. In der nächsten Folge noch ein paar Tauchgänge machen, sehe ich genauso. Ja, hier ist jetzt nichts weiter auf der Insel. Okay. Ich habe mitgenommen, was mit war, also sprich die Palmen, Ananas, Mango und na, hier. Genau. Wassermelone habe ich da getragen. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind hier aber nicht bei Dirty Dancing. Das ist richtig. Ja, dann ist es im Sinne, ähm, ja, verabschieden wir uns. Genau. Wir sehen uns übermorgen wieder, oder hören. Morgen ist D-Less Live hier an dieser Stelle, ne, ist richtig, ne? Theoretisch ja, wenn ich das Let's Play nicht im Ad acta lege, das kann ich dir noch nicht so genau sagen, aber theoretisch wird dann D-Less Live kommen, weil ich warte ja noch auf ein ganz bestimmtes Spiel und das werde ich definitiv, dafür wird D-Less Live dann beendet werden. Wenn dieses Spiel kommt. Also, sollte jetzt eigentlich in den nächsten Tagen kommen, aber wir werden sehen. Abwarten und Tee trinken. Also, auf jeden Fall sehen wir uns übermorgen, weil Raft bleibt bei alle zwei Tage. Denn wir haben noch ein gemeinsames Projekt in Angriff genommen, was Outlaws heißt und was wir momentan sehr feiern. Ja, das stimmt. Also, schaut mal bei uns auf den Kanal. Der Hai, der Hai, der Hai. Der Hai, ach, ja, wo ist er denn? Ich renne, ich bin schon. Immer, immer da, wo wir ihn nicht brauchen. Ja, blöde Stück. Egal. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.